Musik Die Königin ist gebunden durch die Tradition, aber du bist meine Mutter und wenn du darauf bestehst, ich solle hierbleiben, dann gehorche ich. Ich liebe dich und ich bin stolz auf dich, aber natürlich habe ich auch Angst um dich. Du hast den Kampf gewonnen, also musst du gehen und ich muss dich gehen lassen. Asklepaya wird Vorkehrungen treffen, damit dich die Menschen akzeptieren werden. Wenn sie zurückkommen, werden sie eine neue Assistentin einstellen. Die Auswahl hat nach sorgfältiger Prüfung ein Personalkomputer getroffen. Sie werden sie akzeptieren und auch andere dazu bewegen, sie anzuerkennen. Ihr Name ist Diana Prince. Diana Prince. Diana Prince. Diana Prince. Gut. In Samara werden sie sich zum ersten Mal begegnen. Sie werden sie akzeptieren und sofort einstellen. Und nun schlafen sie. Er ist in seinem Unterbewusstsein auf euch vorbereitet. Danke, Doktor. Ich werde noch hierbleiben. Nur keine Sorge, Steve. Ich bin hier. Ich, Diana. Alles wird wieder gut werden. Die magischen Armwände. Die magischen Armwände. Und hier deine Krone. Dein Gewand mit dem goldenen Gürtel der Stärke. Das goldene Lasso der Wahrheit und des Vergessens. Die Gaben der Gerechtigkeit. Meine Tochter, jetzt gehören sie dir. Denk du mal dran. Dass du in der Außenwelt, ohne diese Dinge, die ich dir gegeben habe, nur eine ganz gewöhnliche Frau ohne besondere magische Kräfte bist. Ich merke es mir. Und wenn du mich brauchst, dann kannst du über den Rubin in deiner Krone mit mir Kontakt aufnehmen. Ich bin stolz auf dich, Schatz. Und ich habe Angst um dich. Aber so ist das eben. Kinder wollen immer fort. Und Mütter müssen auf das Wiedersehen warten. Und Angst um sie haben.